Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei Coop gibt es jetzt ein grosses Angebot an verschiedenen Pfannen, zu Preisen, die für diese Qualitätsleistungen einmalig sind. Die Ebra-Pfanne zum Beispiel hat die neue Antihaftbeschichtung Silverstone. Sie ist 50% härter als alle anderen und darum auch widerstandsfähiger gegen das Verkratzen. Denn die Silverstone Antihaftbeschichtung hat Kristall aus hartem Glimmerschiffer. Die qualitativ hochwertige Aluminiumpfanne mit dem unschlagbaren Vorteil von der Silverstone Antihaftbeschichtung gibt es bei Coop mit einem Jahr Garantie und in drei verschiedenen Grössen. Ganz etwas Problemloses ist die Pfanne aus wehrschaftem Chrom-Nickelstall. Es gibt sie ebenfalls in drei verschiedenen Grössen und die Pfanne hat einen speziellen Aluminiumboden und eignet sich darum für Gas und für elektrisch. Praktisch sind die führfesten und hitzebeständigen Bräter aus Glas. Die gibt es bei Coop in zwei verschiedenen Grössen. So eine Glasform ist stossfest und sieht erst noch gut aus. Und so können Sie Ihre Kochkunst vom Backofen direkt auf den Tisch bringen. Wie wäre es einmal mit Brüsseler und zwar gekocht mit Speck oder mit Schinken umwickelt. Dazu habe ich Ihnen gerade noch einen Tipp. Wenn Sie sicher sind, dass der Chicoré beim Kochen keinen bitteren Beigeschmack bekommt, dann schneiden Sie wie immer ein Stück abschneiden und zusätzlich noch hier an der Schnittstelle etwa zwei Zentimeter vom Kern herausschneiden. Gerade in der Winterzeit, wo man mehr Vitamine braucht, ist der Brüsseler besonders wertvoll. Und er schmückt auch ausgezeichnet. Und darum Achtung, Coop kommt mit einem einmaligen Angebot. Frische Brüsseler direkt aus dem Anbaugebiet in Belgien zum Hit-Aktionspreis, aber nur morgen, übermorgen und am Samstag. Und noch etwas, die Pfanne, die wir Ihnen vorgestellt haben, die gibt es in allen Coop-Läden und Coop-Warenhäusern überall dort, wo die Plakate hängen. Auf Wiedersehen miteinander. Moment, ich habe hier noch eine wichtige Mitteilung für alle Einwohner von Hackeringen im Kanton Aargau. Morgen, morgen, am 8 Uhr, geht eine neue Coop-Lade auf. Sie sehen, Coop baut nicht nur Läden in den Städten, sondern sorgen auch in den kleinen Orten für moderne Einkaufsmöglichkeiten. Jetzt aber, auf Wiedersehen miteinander. Am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Bei Coop gibt es jetzt das Pfannenangebot zu günstigsten Preisen. Die Stilpfanne Inox je nach Grösse von 10 bis 14 Franken, die Silvestone-Bratpfanne je nach Grösse von 8.50 bis 14 Franken und die Bräter aus Glas je nach Grösse von 4 bis 6 Franken. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop eine Packung an 800 Gramm Lioba-Fondue, fix fertig statt 6.30 Franken nur 5,75 Franken. Eine Tafel von diesen verschiedenen Lola-Schocken kostet jetzt 15 bis 30 Franken weniger. Zwei Paar Wienerchen kosten bei Coop statt 2.10 nur 1.80 Franken. Wählen Sie unter diesen verschiedenen Markenzahnpasten. Die Tauben kosten bei Coop nur 2.25 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag kostet die 5 Kilogramm Trommel Omo nur 13.90 Franken. Und 5 Kilogramm Dixan nur 12.50 Franken. 500 Gramm Brüsseler Salat kostet bei Coop jetzt nur 1.60 Franken. Alle die Angebote gibt es ab morgen in allen Coop-Läden. Auf Wiedersehen.